hallo und herzlich willkommen zurück hier bei n switch on wir machen weiter mit children of zodiac und da die letzten die letzten zwei episoden etwas länger gedauert haben als üblich speziell die letzte war ja der absolute overkill mit fast einer stunde laufzeit spielen wir diesmal gleich die nächste story mission und sparen uns irgendwelche scharmützel auf in den kampf immer noch kein zeichen von diesen adligen wo versteckst du dich du alter fiesling das ist nicht wichtig wir sind wegen der beute hier findet das zodiac relikt namie wissen wir überhaupt wie dieses relikt aussehen soll denn hier ist alles voller schätze wir werden es wissen wenn wir es sehen es soll groß sein und wertvoll wie gold oder platin und alt aus dem apex zeitalter also sucht nach etwas großen und glänzenden mit komischen zahlen zeichen ihr wisst was ich meine hey leute seht her könnte es das sein sieht auf jeden fall seltsam aus jackpot das ist ein verdammt großes stück schrott wie um himmels willen sollen wir es von hier weg bringen fass es nicht an das ist ein golem eines dieser mechanischen monster gegen die bereits die herold im so der krieg gekämpft haben wir müssen sofort von hier verschwinden namie diese dinger sind verflucht und nicht schon wieder kannst du mal aufhören dir wegen kindergeschichten in die hose zu machen und mir helfen das ding zu bewegen ah ich habe gesagt du sollst es nicht anfassen jetzt sind wir verflucht wir werden alle sterben mach was du willst namie ich verschwinde von hier was hat der denn für ein problem das ist doch nur eine hässliche statue pester du feigling du kannst nicht einfach während eines auftrags abhauen auch wenn dich deine fanatik eltern dazu erzogen haben diesen mist über die knochenhand zu glauben ich denke wir haben unser schicksal selbst in der hand da hast du vollkommen recht du kanalratte dein schicksal hast du dir selbst zuzuschreiben lord argon das sind die parasiten die meine wachen ermordet haben und mein zuhause eingedrungen sind dunkle flamme ich hätte mir denken können dass du dahinter steckst aber zwei raubüberfälle an einem tag das ist sogar für deine verhältnisse ein ungeheuerliches vergehen besiege argon ach du scheiße alle helden sind besiegt da sind ja nur die beiden pester die ratte ist ja abgehauen der blechhaufen hier ist ein blechhaufen 13 13 da muss ich hin 14 und 13 da komme ich nicht rüber also muss ich den schweren weg 15 15 16 20 20 20 21 22 20 Ausnahmsweise hätte ich mal nichts gegen den Schild, naja gut, dann ist das so. Oh Bryce, magst du nicht irgendwie für einen Surprise sorgen? Boah, scheiß Wann, witz. Surprise! Nice! Buffy, der Vampirjäger oder so? Ah, hat er nicht geschafft. Endlich! Jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen, dunkle Flamme. Ich werde an dir ein Exempel statuieren. Ganz Torus soll sehen, dass kein Schurke der Knochenhand des Schicksals entkommen kann. Lord Argon, du hast großes Potenzial für dein Alter. Ich vertraue darauf, dass du der Gerechtigkeit Genüge tun wirst. Vielleicht werde ich ihre Köpfe an meine Trophäenwand nageln, nachdem sie getötet hast. Ich werde mich in euren Eingeweiden rollen, wenn ich ihr lebend rauskomme. Entschuldigung! Hm. Einmal hier hin, bitte. Einmal das da, bitte. Ja, so weit, so gut. Auch nicht schlecht. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann ist mein nächster Schritt definitiv dieser hier. Scheiße, Feilung. Krass. Haha, weg mit dir. Ein Problem aus dem Weg geräumt. Level aufgestiegen. Extra-Aktion. Geheilt habe ich mich auch nur. Neue Karte freigeschaltet. Meine Güte, ey. Nichts kann mich aufhalten. Ziehe meine Karte. Oder zwei. Ich habe keine Angriffskarten mehr. Ja, ja, ja. Das übliche. Ich habe ihn fahren lassen. Oh Gott, so weit ist er schon mit mir gekommen. Ich mache Fahrt. Sch-Sch-Sch-Furz-Witze. Ach. Ey. 20 Würfel. Okay. Okay. Ich prophezeie, was jetzt passieren wird. Ich bewege mich hier hin. Ich nutze diese Attacke. Ich jage zwei Leute in die Luft. Okay. Eins und zwei. Perfekt. Kaboom. Und dann heile ich uns noch. Einen Stern bitte. Ja. Sehr schön. Vollständig geheilt. Splitterwürfel dazu. Ach, das ist schön. Und die Extraktion habe ich trotzdem. Tartensuit. Wächter, ich befehle euch. diese Individuen sofort zu töten. Welche Wächter? Ach. Das reglose Stück Metall. Der Golem. Wir sind die Borg. Sie werden assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos. Unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Kehre in den aktiven Dienst zurück. Bitte hab keine Angst, junge Dame. Du bist jetzt in Sicherheit. Wie lautet dein Name? Hä? Es kann sich bewegen und sprechen? Ernsthaft? Ich, äh, ich bin... Ich heiße Nami. Wer bist du? Hallo, Fräulein Nami. Ich bin Kinderwächter-Einheit 010010101010101010101010101012B01. Okay, ähm, wie wär's, wenn ich dich einfach Xero nenne? Was ist das für eine Hexerei? Das Relikt ist lebendig Egal, Wächter, schnell! Erschlag dieses verfluchte Mädchen Ich warne dich, Fremder Meine Protokolle erlauben keine Gewalt gegen Kinder Wenn du weitermachst, muss ich tödliche Gewalt anwenden Was redet es da? Es sagt, dass die Knochenhand des Schicksals auf unserer Seite ist Das Spielzeug des Adeligen hat sich gegen ihn gestellt Ja, das finde ich ziemlich geil Kann ich die steuern? Jo Oh, der guckt schon so lieb Wollen wir mal ein Screenshot So, was hast du denn für tolle Aktionen hier? Machtes Titanen Rüstung durchbohren Ziehe Zeitanomalie aus dem Deck Aha Wenn Xero im Wächter-Modus ist Er hat einen Bonus von 10% auf seine Verteidigung Der Wächter-Modus verlöst die Wenn-Wächter-Effekte seiner Karten aus Xero kann immer nur einen Modus aktiv haben Wenn Wächter-Karten-Effektbedingungen Dieser Effekt wird ausgelöst, wenn die Einheit, welche die Karte ausspielt, im Wächter-Modus ist Okay, und was für ein Modus ist sie jetzt gerade? Vorhut, okay Halten auf die Ziehe Ach, er schlägt einmal wieder sich rund Gut Noch sehe ich nicht, was für einen Modus er anhat, aber okay Ziehen wir ein paar Karten Was ist das hier? Heilo, okay Ein erschöpfter Held bekommt in dieser Runde, in dieser Phase eine zusätzliche Runde Oh, wie geil Und das auch noch in dem Vierfelder-Radius Halleluja Okay Gesetzeshüter Was für das ein Typ? Mit Rüstung Mhm 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 Wie weit reicht deine Karte Amnesie Egal Komm Ein bisschen lebensmüde darf ich auch mal sein Vielleicht werde ich dich sogar los Das wäre natürlich perfekt Ah, fast So, so kurz vom Leben, vom Level Up. So, ich stelle mich mal vor dich. Gleich zwei zusätzliche Aktionen. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so funktioniert, aber nehmen wir es. Extraktion. Immer feste Druck. Noch eine Extraktion, ziehe Lebenswille aus deinem Deck. Ja, so weit, so weit, so gut. Ja, so weit, so weit, so weit. Genick das. Du kriegst einen Buff! Und du kriegst einen Buff! Level 14. Zerdrückte Blumen. Oh, wie gemein. Autsch. 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 Du bist zu langsam, mein Freund. Autsch. 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 Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ihr seid relativ gnadenlos, kann das sein? So funktioniert das? Okay. Hm. Du hast nur ein Lebensmittel auf der Hand. Ich muss ja nur ihn hier platt machen. Also... Drück mir die Daumen, einsamer Zuschauer. Und... Dann... Ich brauche eine zusätzliche Aktion und mehr Schaden, aber vor allen Dingen eine zusätzliche Aktion, also, Kartenwürfel, äh, Blitzwürfel, wo ist der Blitz? Da ist der Blitz, und da ist der Blitz. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich sowieso verloren. Eine Extraktion, Stern, Dankeschön. Super. So mache ich dich kalt. Ah, danke. Für das Konter gibt es noch ein Level ab, sehr schön. Geschafft. Und noch ein Level ab. Nee, nur zwei Punkte. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht gegen ein Kind verlieren. Ach, du wirst darüber hinwegkommen. Immerhin bist du noch am Leben. Bryce, Xero, oder wie auch immer dein Name ist, kommt mit. Zurück zu den Tunneln. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Sieg! Auf ganzer Linie gewonnen! Ach, schön. Bryce kriegt gleich drei Würfel. Nami geht mal wieder leer aus. Du bist also ein Golem? Ich bin eine Kinderwächter-Einheit, Fräulein Nami. Meine Hauptaufgabe ist es, Kinder zu beschützen. Du bist also ein mechanisches Kindermädchen? Nein, danke. Ich brauche niemanden, der mich beschützt. Okay, du bist also kein Golem. Aber es gab andere von deiner Sorte, die in den Zodiak-Kriegen gekämpft haben? Mechanische Männer? Nicht ganz. Aber ja, es gab andere. Wir haben den Meistern gedient, bis es keine Meister mehr gab. Durch den Krieg wurde der Großteil von Lumos zerstört. Diejenigen von uns, die überlebten, hatten keine Aufgabe mehr. Wir haben uns selbst abgeschaltet. Äh, warte. Wie lange warst du abgeschaltet? 673 Jahre. Ich wollte produktiv bleiben, Fräulein Nami. Aber die Depression, die Ungerechtigkeit, die Einsamkeit, es wurde mir zu viel. Was? Das ist Blödsinn. Maschinen sind keine Menschen. Sie haben keine Emotionen. Das ist ein Puppentheater für dumme Kinder. Du bist nichts weiter als ein weiteres Relikt. Das reicht, Bryce. Er hat uns aus der Patsche geholfen. Schon vergessen? Können wir einfach nett sein, bis wir ihn dem Schattenkult überlassen? Es spielt keine Rolle, was du über mich denkst, Fräulein Bryce. Meine Hauptaufgabe ist es weiterhin, euch zu beschützen, solange ich kann. Gut, denn ich glaube, ich höre Stimmen aus den Tunneln vor uns. Zeig uns noch einmal dein Schutzprotokoll. Ah, Akt 3. Das Zodiak-Relikt. Die Stufen der Bonus-Karten und so hat sich erhöht. Okay. So, Gruppenverwaltung. Pesta ist abgehauen. Dafür habe ich jetzt Xero. Ist doch schön. Nami hat eine neue Karte. Wow. Ziehe jeden Blitzangriff aus dem Deck. Da hat aber jemand schlechte Laune. Hahaha. Ähm. Hm. Na, einmal kann man sie ja reinnehmen. Halten auf den Zielen für eine Runde. In einem Viererfeld. Hm. Machen wir das so. Und du hast... Meditative Subroutine. Aktiviert... Wächter. Aktiviert... Überladen. Ah. Diese Dinge aktivieren den Wächter-Modus. Diese Karte. Und diese Karte aktiviert den... Überladen-Modus. Damit fängt sie an, aggro zu werden. Und damit fängt sie an... zu heilen. Verstehe. Hm. Und mit dem... Wächter-Modus... gibt es bei der Karte... die zusätzliche Fähigkeit... eine weitere Runde für den... für den... Geheilten zu geben. Und bei der Karte gibt es... mit dieser Karte... plus 10 Angriff. Und das Ziel muss 2 abwerfen. Wenn ich... Ja. Ja, doch. Genau. Nice. Juhu. So langsam machen die Decks Spaß. Bryce, du hast so viele Würfel. Lass mal gucken. Vier Mal Karten nachziehen. Okay. Ganz so krass muss es auch nicht sein. Aber das sieht doch schon mal... gar nicht so schlecht aus. Und der hier? Zombieren. Vielen Dank. Ne, da bleibt erstmal alles, wie es ist. Gut, das war es dann für diese Episode. Diesmal sind wir ein bisschen schneller. Das ist gut. Wie immer, falls euch die Episode gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Lasst ein paar Kommentare da, damit ich weiß, ob es noch irgendwas zu verbessern gibt. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge von Children of Zodiacs hier auf nswitchon.de. Streich das.de